Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Es war natürlich eine sehr lange Leidenszeit, weil sich die Verletzung doch sehr hartnäckig erwiesen hat. Und wie Sie gerade selber schon gesagt haben, ich glaube, ich habe das letzte Spiel am 3. Mai gemacht, zu Hause gegen Rostock. Dementsprechend war es schon sehr, sehr schwer für mich die letzten Monate. Ich bin aber umso glücklicher, dass es jetzt die dritte Woche ist, in der ich schmerzfrei trainieren kann, langsam mich ran arbeite. Und ich denke, die Zeit ist dann schon so aufgeteilt, dass man viel Reha-Training macht. Wenn es dann irgendwann soweit ist, viel Behandlung kriegt, erste Zeit. Und an der Mannschaft dran zu bleiben, gibt es halt sicherlich dann Unternehmungen oder so, die man dann gemacht hat, Mannschaftsabende, um dann irgendwo die Bindung zu halten. Ich meine, ich war ja nicht ganz weg, sage ich mal. Wir sind ja auch einen Großteil zusammengeblieben. Und mit den Neuen hat man sich auch schnell dann zusammengefunden. Felix hat einen super Job gemacht auf der Rechtsverteidigerposition. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass er jetzt für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Er hat es hervorragend gemacht, jetzt auch bei der Nationalmannschaft. Wir haben das alle verfolgt. Und ich freue mich für den Jungen sehr, weil er ein guter Junge ist, sich immer korrekt verhält, immer lernwillig ist. Ja, Konkurrenz ist immer da. Also war und wird immer im Fußball bleiben. Und ich bin erst mal glücklich, dass ich schmerzfrei bin. Werde sicherlich eine Option sein für den Trainer. Und es wird der Zeitpunkt sicherlich kommen, dass ich dann auch wieder auf dem Feld bin. Bis zum nächsten Mal.